So. Wir sind jetzt abgebogen und es geht auf... Scheiße! Mensch, ich wollte doch nur mal kurz auf den Timer gucken. Leckt mich fett. Fuck, wie mach ich denn das jetzt? Shit! Da hängt die letzte Seite, oder? Bitte sag mir, dass es die letzte Seite ist. Nein, das war erst sieben! Ah! Ah, wo kommt denn da noch die Geräusche her? Ah, shit! Der stand doch schon wieder da drüben. Mann! Ich glaub, ich werd gleich dermaßen... Ich werd das nicht überleben. Auf gar keinen Fall. Ich schaff das nicht. Doch, ich schaffe es. Ich muss all meinen Mut zusammen nehmen. Ausnahmsweise. Das geb ich sogar wirklich zu. Weil der Typ da hinter mir macht mich echt nervös. Ach, verdammt, wieso denn? Ich will nicht Slendy. Oh, naja, jetzt grad mal kurz die Cam ausgefallen. Sorry. Also, nicht die Cam, sondern meine Gegenbeleuchtung. Oh, nein, ich werde sterben. Was passiert, wenn ich das Licht ausmache? Folgt er mich dann trotzdem? Da, 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 da. Da vorne ist was. Ja, das ist natürlich Scheinwerfer von dem Auto. Toll. Ich hab immer Schiss, wenn ich die Taschenlampe wieder anmache. Aber da steht er direkt vor mir. Und dann, äh... Ja! Genau so. Genau so. Scheiße. Ach, Mann! Verpiss dich, bitte! Ja, genau. Flee den Mörder an. Er soll sich verschwinden. Er soll sich verschwinden. Er soll verschwinden. Oh, Mann! Gibt's hier noch irgendwo ein Haus, was ich übersehen hab? Ich bin doch schon wieder hier bei dem... Bei der Kackbude da. Ah, das gibt's nicht. Der beamt sich direkt vor mich. Das ist doch nicht fair. Ich glaub, das hat was damit zu tun, weil ich renne, oder? Kann das sein? Hat das was damit zu tun? Nicht schon wieder der Geländewagen. Ich sag's euch, ich verkack das. Ich hab's im Gefühl. Jetzt sind wir bei dem Kackhaus. Also bei dem kleinen Kackhaus. Da müsste ich jetzt auch mal kurz reingehen und mir mal die ganze... Sachen aus der Hose rauszuppeln. Okay, wir sind jetzt wieder bei dieser Construction Site, oder was auch immer das ist. Da versuch ich jetzt einfach... Nee. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich laufe mir auch noch direkt in die Arme, ich depp... Alter! Wird das noch schlimmer? Kann's überhaupt noch schlimmer werden? Da! Die letzte Seite! Hallo? Äh, was? Hä? Hallo? Lass mich los! Äh, was? Äh, äh... Äht... Äh... jetzt trotzdem verkackt oder gehört nicht das gehört dazu bestimmt ich glaube ja progress selbst in sie in selektion aber cool wir haben die erste Szene abgeschlossen die oh toll meine batterie von der kamera ist fast leer dann machen wir es aus es ist tag ah da muss ich doch hin ich dachte mir Slenderman bringt seine Opfer gleich um oder wie habe ich das jetzt überlebt kann mir das jemand erklären mir schnürzt gerade ein bisschen die kehle zu ganz ehrlich ich bin jetzt ich glaube jetzt kommt erst mal so eine kleine ruhige phase sieh mal an wer jetzt dabei ist gerade eben ist jemand im chat dabei und endlich kriege ich mal ein bisschen kontakt hier freut mich zu da weiß ich dass ich nicht alleine bin und mir die Pisse aus der Ritze kratzt oh man ey ich weiß gar nicht ob ich deinen Namen sagen darf deswegen sonst hätte ich dich jetzt mal offiziell gegrüßt aber du weißt ja wen ich meine weiter geht's nun aber wohin sag mal hallo hab ich doch gerade hallo ich kann auch nur mal die kamera gucken dabei hallo oh man was ist das da hängt was 6 die Nummer 6 ich habe gerade mal die Nummer 1 und die 2 gefunden muss ich mir dann bitte schön die anderen Dings ok ich glaube ich hab ah ok hallo Dirk ich darf seinen Namen sagen natürlich auch hallo an alle anderen die zugucken falls noch mehr Leute zugucken würde mich auch freuen oh schon wieder ein Kind das vermisst wird Have you seen this child? Hast du dieses Kind gesehen? Charlie Messe Matt 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 Metzen ah ok Matteson Metzen naja gut If you have to see this child please contact 555 3799 wisst ihr bescheid ok hab ich ah ich hab meine Funsel noch ja genau du erwartest es doch jetzt nicht weil ich von mir oder ok also hier im Livestream geht es gerade ein bisschen interessant zur Sache ich grüße natürlich auch Angehörige der Streamer ja das mache ich natürlich auch oh man ey ist das hier Kilo was Koliman Mining wie gesagt ihr könnt euch ja selber ein bisschen durchlesen müsst ihr ja dann einfach nur auf YouTube dann auf Video auf Pause machen so einfach ist das naja du hast gut lacht du sitzt nicht hier und musst das spielen oh man ich bin mir schon wieder in irgend so einem blöden Gebäude und ich will nicht in so einem blöden Gebäude sein wieso sind hier so komische Pfeile hallo ich bin ganz ganz minimal nervös diese Pfeile da lang da lang da lang was get get to the tower also bekomme zum Turm jetzt wird Horror und dich nerven ok ok alles klar alles klar ok es ist ne Miene get to the tower kein Saft kein Saft kein Saft ok gut kein Saft ist nicht schlimm jetzt haben wir Saft oder oh oh scheiße oh scheiße oh scheiße jetzt sind alle Türen aufgegangen oder was jagt mich Slenderman jetzt hier in so einem Ding was 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 need to get out ok alles klar ok alles klar ah oh fuck was war denn das jetzt bitteschön oh oh man ey so ne komische Funkstörung da was soll denn das immer ein Generator Strom an 8 mal was was Strom an 8 mal das ganze 8 mal wie 8 mal das ist mich jetzt verarschen wieso kann ich nicht an den Generator da ran wieso sehe ich so lange Gänge wieso stelle ich so viele Fragen wieso kann ich nicht einfach hier raus hab ich grad Schritte gehört Och schon wieder Mensch so no 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 ja poro no 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 was ist das dass los die absoluten Greetings dauaus war noch trage muss electz und vielleicht nicht rückwärts laufen Da war irgendwas. Oh nein. Haha. Alter, was? Lach du nur. Lach mich doch aus. Ja, ja. Wie 8 Mal, ey. Ich muss jetzt 8 Scheiß-Generatoren anmachen, oder was? Was? Was ist das jetzt? Was war denn das? Da ist einer gerannt. Der kommt hier hoch. Hey, verarsch mich nicht. Was zum Geier. Fuck. 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 Sorry, wenn ich so oft fuck sag. So, tut mir leid. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Oh. Ach, jetzt bin ich wieder im No, 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 No. Wer lacht mich hier die ganze Zeit aus? Was leuchtet den Kleinen an? Wie, was leuchtet den Kleinen an? Was meinst du mit leuchtet den Kleinen an? Leuchtet den Kleinen an. So, ist das jetzt ein Scherz von dir? Wenn das so ein Verarsch ist, finde ich es nicht witzig. Ohne Scheiß, ich bin... Ich reagiere da darauf allergisch. Wenn er zu dir kommt. Ich will gar nicht, dass er zu mir kommt. Wieso versteht mich keiner? Ich will nicht, dass er zu mir kommt. Ich will einfach nur noch hier raus. Naja, okay. Wenn er das sagt, dann mache ich das dann halt auch.